Test Drive Unlimited Solar Crown Test Drive Unlimited Solar Crown ist der mittlerweile 21. Serienteil der langlebigen Rennspielreihe, die sogar noch vor Need for Speed begann. Ich wusste gar nicht, dass es Test Drive überhaupt noch gibt. Test Drive habe ich gespielt, da war ich 14? Test Drive 1 und 2 habe ich gespielt auf dem PC, da saß ich mal im Kinderzimmer. Und dann stand da mein 286er oder so, keine Ahnung, mit dem Turbo-Knopf. Ja, und dann habe ich Test Drive von, ich glaube, von meiner 20 Megabyte Festplatte gespielt, damals in der Steinzeit. Ja, wirklich so. Wir kamen gerade aus der Höhle, in der wir Höroglyphen gelernt haben, ja. Dann kam abends der Vater von der Jagd natürlich, hat wieder einen Bison gelegt und dann habe ich mich an 286er gesetzt. Mit MS-DOS habe ich dann den Norton Commander gestartet oder bin einfach auf Laufwerk C gegangen, ja. Und dann CD-Spiele, Verzeichnisnamen durften nur 8 Zeichen lang sein, es ist lange her. Wie alt bist du eigentlich? Biblisch. Ich bin biblisch.